Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind jetzt hier bei Bobo in Kiela. Jesus Christ, die Map lädt nicht. Okay, wow. Und wir wollen jetzt in den Dschungel. Ich denke, da kann der Typ mir helfen. Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Da du noch nie in Kampfer der Kiela warst, werde ich dir Weg zeigen. Was macht Bones? Bobo kann kaum gerade stehen. Wie soll Bobo alleine kämpfen? Ich würde dir geben Gold, wenn du mich bringst in Lager der Kiela. Win-win. Lass uns zum Lager der Kiela aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kiela unterwegs. Diese Tage sind gefährlich. Bobo, froh, dass Gutscho ihn begleitet. Okay, los geht's. Die Äffchen lass ich mal in Ruhe. Ich glaube nicht, dass es was macht, wenn ich die töte, aber... Was haben wir denn hier? Wir können noch hier hin. Hier ist zwar eine Sackkasse. Gerade das ist gut. Hier ist eine Sackkasse. Deswegen wollen wir da... Ah! Au! Oh, ich hab gecarried parried. Ich kann parryen. Guck mal, ich kann sogar spätem parryen. Ich hab das ja, glaube ich, gerade gelernt. Ich hab nicht gedacht, dass das auch gegen Tiere geht. Bam! Das ist ja voll geil. Gott sei Dank. Nichts läuft jetzt weg hier. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich kann Tiere ausnehmen. Oh mein Gott, ich hab's im letzten Part so viel gemacht. Ich hab's alles schon wieder vergessen. Aber ja, ich kann jetzt kämpfen. Ich kann Tiere ausnehmen. Gehen wir. Bombo, oder wie er heißt, rennt durch die Gegend. Wir wollen auch noch hier hin. Aber jetzt, jetzt langsam... Aua! Jesus Christ! Hallo, stopp! Langsam bin ich kampffähig. Gott sei Dank hab ich das endlich gelernt. Ich hab nicht erwartet, dass ich parryen gegen Tiere einsetzen kann. Ich krieg jetzt die ganze Zeit parryen. Aber das ist auch ein sehr cooler Move, weil... Ähm, ja. Weil normal konnte ich gegen die Viecher nichts machen, wenn die nicht zusammenschlagen. Äh, das lag gerade ein bisschen komisch. Und musste mich damit abfinden, dass ich durch die Gegend geschleudert werde. Ja, ich komm gleich mit dir. Ich will hier nur kurz speichern, weil irgendwas stimmt hier. So, ähm... Ja, ist ja gut. Hier geht's noch lang, aber das ist ein... Umkreisweg. Hier ist noch ein Affe. Ein großer. Der landet sich. Wieso leckt das jetzt? Ich versteh nicht. Es sollte nicht lecken. Aua. Da geparriert irgendwie. Ah, wo ist halt mich? Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet. Oh, erledigt. Okay, ich glaube, ich werd hier gleich kurz cutten, weil das ist nicht in Ordnung, wie das hier leckt. Das ist bestimmt unerträglich. Aber es geht wieder. Das Spiel hat... Das heißt, Warnung angesehen. Ähm... Wir können auch... Wir können ihn kurz hier lassen und einmal außenrum rennen. Da ist auch noch ne Makibeere. Und offensichtlich ein paar von diesen Feuervögeln. Hier geht's noch hoch. Wenn hier noch was ist, sieht mir so aus. Ja, da ist ein Affe. Starker, okay, au. Oje, oje, ich trink mal die Guse. Au, Jesus. Jetzt, Mann, ich hab nicht viel Leben. Äh, danke, Bones. Au. Au. Jesus Christ. Geist. Lass dich in Ruhe. Komm, Bones, wir machen ihn glatt. Okay, wir haben ihn glatt. Ich weiß nicht, warum er gerade gerollt ist. Das hab ich ihm nicht befohlen. Wo ist denn der... Aua. Wo ist der Ureinwohner? Der rennt da hinten rum. Der lässt dich grad von Spinnen jagen. Dude, was tust du da? Wo bist du langgelaufen? Aua. Aie, aie, stopp. Zeig mir sein Blut. Zeig mir sein Blut. Halt doch. Ach, der macht ja eigentlich gar nicht mit. Der meckert nur ein bisschen. Bei uns halt nicht. Da kann ich fast nur Spinnen ausnehmen. Jetzt chill doch mal. Der, 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 der Ureinwohner will ständig irgendwie weglaufen. Was das hier, was kämpft der gerade? Wer gerade verprügelt? Dude? Oh ja, Witter. Digga, du solltest vielleicht mal chillen und auch uns warten, anstatt sonst wo hinzuwenden. Der, der sehe ich immer noch verprügeln. Halt die Klappe und bleib jetzt mal kurz stehen. Ich will, ich will, ich will alles hier aufräumen. Ich will nicht nur die hinterherrennen und dann den ganzen Weg wieder zurückdackeln dürfen. So. Jetzt wollen wir mal hier kurz außen rum. Da ist noch eine Spinne. Oder auch nicht. Ich dachte, die kommt jetzt raus. Aber, ah, da ist ein Stein. Und ein Ei. Ein Feuervogel-Ei. Davon brauche ich drei und da sind sogar drei. Perfekt. Das ist... Feuervogel-Eier. Das ist genau das Zeug, von dem Harry gesprochen hat. Ach so. Die soll ich für Harry sammeln. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm. Ich dachte, das wäre so ein Spinnennest. Die platzen manchmal, wenn man zu nah rangeht und dann kommen Spinnen raus. So, hier geht's weiter. Also wollen wir da noch nicht hin. Außer natürlich... Dieser Stein, ein Torbogen, verbindet Tradition und Moderne. Redest du von den Kraten und den Eingeborenen? Nein. Ich rede von einer Pulle rum. Natürlich richtig. So, du Affe. So, du Affe. Gorilla-Feh. Ich kann den Viech an das Fell abnehmen. Okay, da ist so... Äh, abziehen. Äh, da ist noch ein Sprinter-Vieh. Ne, Sprinter war Dark Cloud. Ähm. Da oben ist noch was Gutes. Epp. Guter Sprung. Kann ich das einsammeln? Gut, ich bleib hier. Tatsache. Äh, ich kann's aber nicht als, äh, Papagei einsammeln. Ah! Das war nicht gut. Oh, warte mal. In Ordnung. Ach Gott. Ich lad das nochmal. Irgendwie hat das gerade nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Ähm, ja, wir wollen, wir wollen kurz den Jadestell mitnehmen. Und außerdem sind da NPCs da am, am Wasser. Ich weiß nicht, ob der Banbaro-Typ da... Banbaro, genau. Ob der Ureinwohner da noch was dazu zu sagen hat. Äh, Banbaro sind Monster aus Monster Hunter. Gut, ich bleib hier. So, einmal Jadestellstein. Dafür kann man auch... Das Spiel des Wassers ist geradezu hypnotisch. Da ist irgendwie, da ist beides. Ein Pirat, oder zwei Piraten. Gut, ich bleib hier. So, äh, und... Äh, komm schon. Lass mich da hoch. Och, ist gar nicht so einfach. Ähm. Und eine Ureinwohnerin. Aua. Haben mir die Haxen gebrochen. Okay. Ich lass, wie gesagt, die Äffchen mal noch in Ruhe. Ein kann ich mal töten. Aber man kann die nicht ausnehmen. Okay. Es gibt ja in Risen zwei Äffchenschädel. Die braucht man für Voodoo und so. Diesmal aber leider nicht, wie es scheint. Vielleicht später. Vielleicht auch gar nicht. Wer weiß. Und was ist das hier? Eine Blutwurz. Okay. Äh, können wir da noch hoch? Oder wo kommen wir da schon her? Hier bin ich. Okay, das ist da drüben. Ne, da war ich schon. Ich weiß nicht, was Bones macht. Irgendwie will der mir hier nicht folgen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Und hier ist noch eine Reiselust. So, hieß ja früher, das ist hier aber scharf auch, okay. Bei uns? Äh, Bones hat sich komplett verlaufen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo der M- Ja, der NPC ist auf der Karte zu sehen sowieso. Ähm. Ah, der sitzt da drüben rum. Wir bleiben zusammen, Horschi. Äh, geh halt in die Richtung. Wir bleiben ja eigentlich gar nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, wo Bones hin ist. Jetzt lauf mal ein bisschen schneller. Hier kann man sprinten. Okay. Dann wollen wir hier gleich nach links. Und da kommen wir dann auch zu dem Weg, wo wir schon mal waren. Zu dieser Höhle, wo wir rausgekommen sind. Es ist... Ach Gott. Jetzt komm ich nicht mit. Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Sie sorgen dafür, dass Bobor bestraft wird. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst Schnaps. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh. Wird noch schwerer, Marsch. Na gut. Okay. Bones ist... Nicht hier. Bones ist weg. Ich will jetzt da lang. Und diesmal läufst du bitte vor. Vorhin ist er nur stehen geblieben, weil er unbedingt noch mit mir reden wollte. Und Bones ist weg. Und ich muss allein hier rumrennen. Da sind noch die zwei Piraten, die ich letztens auch gesehen habe. Und hier hinten sind noch Gegner. Aber sie muss ich alleine machen. Das ist in Ordnung. Oder auch nicht. Einer ist tot. Einer hat mich noch fehlt. Einer ist auch tot. Und fertig. Der sitzt gemütlich da. Okay. So. Hat es hier noch irgendwas? Ja. Ein Proviant. Cool. Und das war's, wie es scheint. Okay. Dann reden wir jetzt mal schnell mit den Piraten, die da irgendwie in der Nähe von diesem Wasser rumlungern. Wer seid ihr? Scheiß Wetter. Scheiß Fressen. Scheiß Eingeborene. Hey. Was streichst du hier durch Unterholz? Die Eingeborenen sind pissig. Also pinkel ihnen bloß nicht in ihr Abwaschbecken. Und solange die uns kein Wasser geben, siehst du besser zu, dass du Land gewinnst. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Wollt ihr nicht gerade reden? Verzieh dich. Alter, was ist denn los mit euch? Mann, warum müssen wir hier abhängen? Okay, die sagen nicht viel. Da ist noch ein Affe. Zwei. Oh, das sind die Staffel. Die werfen mich alle durch die Gegend. Oh, der hier steckt ein bisschen fest. Ah, Bones, du hast es geschafft. Hey. Er hat auf zu versuchen, mir meinen Ruhm zu klauen. Nein, du Pisser. Du elender Drecksack. Ich hasse es. Okay. Auch egal. Bones schließt sich mir an. Ich weiß nicht, wo der jetzt rumgelungert hat. Vielleicht hat er darauf gewartet, dass ich mich zurückverwandle, weil ich längst getan habe. Aber egal. So, hier muss ich auch wieder aufpassen, wenn ich mich nicht auszusehen ins Bett lege. Jetzt Fuße und die Expedition 2. Das lesen wir mal durch. Plunder. Ähm. Namen mich... Warte mal, Expedition 1 habe ich noch nicht. Ja gut. In dem Fall ist es mittendrin, die Story. Namen mich freundlich auf, boten mir zu essen an Sprachen in einer Sprache zu mir, die ich nicht kannte. Mit der Zeit lernte ich deren Sprache kennen. Sie zeigte mir verschiedene Dinge und nannte mir dazu ihre Begriffe. Weiter fuhr ich, dass sie schon seit hunderten Jahren unverändert auf der Insel leben. Sie leben nach der Moral der Hicke, so nennt sie ihre Ahnen. Spuren der Ahnen noch überall. Wie die Piratengeschichte erzählt, sind die Frauen ja außergewöhnlich schön. Der Rest der Geschichte wird erfunden sein, da sie zwar schön sind, aber kaum zutraulich. Jedes eingeborene Dorf hat klare Gruppierungen. So gibt es Tonka, Tufas, Kiki und Muleken und es gibt einen Chaka, den Häuptling. Die Aufgabe der Tonka ist es, das Dorf zu beschützen. Sie sind starke Krieger und ich habe großen Respekt vor ihnen. Die Tufas sind Jäger. Sie wissen sich im Dschungel zu bewegen, beinahe lautlos zu schleichen. Ne, beinahe lautlos schleichen sie sich an ihre Beute heran und wissen es zu vermeiden, selbstverbeutet zu werden. Kiki sind Hexen. Sie beschützen das Dorf mit Zaubern und die Krieger mit seltsamen Amuletten. Die Muleken sammeln in der Nähe des Dorfes essbare Pflanzen und Beeren. Ja, das habe ich alles schon lang gelernt in Risen 2. Ein Wasserfass. Plötzlich. Habe ich eigentlich mein Amulett gewechselt? Das weiß ich gerade gar nicht. Verschlossen. 80 in Klammer 10. Was soll das denn bedeuten? Ich weiß nicht, was das mit 10 bedeutet. 80 habe ich. Und 50 hätte ich gebraucht. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwelche Ausrüstung an, die mir da was bringt. Sonst hätte ich da nicht so viel. Der Schurkenring zum Beispiel. Den wollen wir mal auf Silberzunge zurücksetzen. Vielleicht brauchen wir den spontan. Und das hier war, glaube ich, Kristallanhänger. Ebenfalls Silberzunge. Und noch mit Silberzunge. Also Silberzunge lasse ich einfach mal drin. Weil man es spontan brauchen könnte. Hier ist eine Ente. Tote Ente. Boah, hier noch voll. Okay, also es scheint, als würde man von hier irgendwo hinkommen. Da ist tatsächlich eine Ente und ein Affe. Wer bist du denn? Warum so still? Hinten. 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 Jetzt Moment mal. Upsi. Wo kommst du überhaupt her? Ich meine, was machst du hier? Du bist denn beide an den Kehl geklaut. Aber wo lungerst du rum? Und sollte ich nicht vielleicht erst mit der Frau da hinten reden? Ein Alligator. Ein gefährlicher Alligator. Komm mal mit vor uns. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Äh, Verschriftung. Alter. Hat mich einfach zurückgesetzt, weil ich aus dem Menü raus bin. Mandaru sitzt hier rum. Und da geht's auch noch lang. Ja gut, das ist unser Kassi. Wir reden jetzt erstmal. Wir machen eins nach dem anderen, weil wir übertreiben es gerade schon wieder ein bisschen. Allerdings will ich das schon ähnlich machen. Weil wir wollen jetzt nicht durch den Dschungel, solange wir noch hier sind. Ich finde das nämlich, äh, hier sind wir nämlich schon fast da, wie es scheint. Wir wollen dann nämlich erst diesen anderen Weg noch anschauen. Aber erstmal sollte ich gucken, dass unser Bobor hier auch ankommt. Da oben ist, glaube ich, noch eine Blume, die ich noch nicht gesammelt habe. Ja, so komme ich da nicht hoch. Aber wo ist der Bobor überhaupt? Ja, ein Fingerblatt. Das ist vielleicht für, äh, für Diebesfähigkeiten. Wo ist jetzt Bobor? Da ist noch eine Ente. Bleib mal stehen. Ich hätte gerne dein Fleisch. Ich habe den Typen verloren. Ach, der sitzt da an der Seite. Okay. Noch eine Ente. Sag mal. Ich meine, ja, freut mich. Ich nehme an, aus denen kann ich Proviant machen. Der hat sich irgendwie hier ganz komisch verkrochen. Da ist er. Entweder du kriegst aufs Maul oder du gibst aufs Maul. War schon immer so. Will der jetzt noch mit mir reden? Dies ist Wasserstelle der Kieler. Bobor muss machen Pause. Okay, machen wir eine Pause. Sag Bobor einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palava und zu wenig Schlaf. Bobor liebt Pausen. Äh, okay. Ja, chill du erstmal. Ich rede hier noch mit Azali. Kapusheko Gutscho? Na, wenn du so fragst. Ich wollte... Schweig. Ihr Gutschos nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh. Unser Wasser. Und unser Oro. Oro? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Gutschos haben große Gier in Augen, wenn Azali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck und um die Ahnen friedlich zu stimmen. Keine Sorge. Ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palava. Gutschos stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Azali weiß nicht viel über diesen Gutscho. Falsche Augen. Falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Vertrau mir einfach. Ich tue euch nichts. Hm. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein, sprichst du die Wahrheit. Hm, rausreißen wäre eine Idee. Das lassen wir mal schön bleiben. Endlich ist der Typ vorbeigekommen. Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Azali ein Zeichen der Freundschaft. Und ich werde dir trauen. Ja, ich habe da nichts anderes. Außerdem wird Azali Gutschos gestatten, hier Wasser zu holen. Ach, sehr gut. Ich denke, ich habe da was für dich. Vielleicht ein paar Dinge sogar. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Silberzunge 100. Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Dann kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen. Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Gutscho. Na komm schon, ein kleiner Tipp. Taono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, das soll ein Hinweis gewesen sein? Chi. Na, klasse. Äh... Was hat die gesagt? Moment kurz. Okay, es ist gut möglich, dass sie Gold oder Jade erwähnt hat. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein Edelstein. Irgendwas wertvolles. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Ich nehme jetzt mal das, weil ich weiß nicht, was hier passiert. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yala, yala. Die Hicke werden dich beobachten. Was da... Kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen? Oh no. Freundschaft kauft man nicht. Ich würde sie mir auch was kosten lassen. Oh no. Ach komm schon. Jeder hat seinen Preis. Gutscho ist hartnäckig. Das gefällt Asali. Gut. Wenn Gutscho bringt Passavi Oro, Asali wird akzeptieren. 700 Gold oder dieses Geschenk. Ich dachte, sie wählen große Jade-Steine oder schwarze Perle oder sonst was. Hm. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Aber so oder so, ähm... Wie viel Silberzunge habe ich? 70. Ich brauche 100. Das fehlen also 30. Ich denke, aber ich habe schon sehr viel... Äh... Ne, ich habe schon alles ausgerüstet. Dieser Buß, der ist mir nicht geheuer. Verzieh dich. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Das hat alles keinen Sinn. Mann, durch diesen Dschungel würde ich nicht meine Herde Schweine jagen wollen. Da ich will hier noch kurz die Truhe ausnehmen. Wow. Hier ist eine Goldpfanne. Die wird es aber wohl nicht sein. Und da ist eine Voodoo-Puppe für Parageienflug. So. Was haben wir hier noch? Goldärzt, der Traum aller Piraten. So, jetzt reden wir nochmal mit dem Putsi da hinten. Und dann kümmern wir uns... Oh, ne, Ente. Um den Alligator. Ich nehme an, das ist auch eine Quest. Vielleicht von gerade dem. Ach, da ist er. Völlig planlos, wo ich hin muss. Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaro ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt. Doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen. Und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kieler mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaro es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Warum teilt ihr mit den Piraten das Wasser nicht? Du erwartest von uns, dass wir mit ihnen etwas teilen, das das Leben spendet. Aber das Einzige, was sie mit uns teilen würden, ist der Tod. Oh no, solange wir niemandem trauen können, wird Asali den Zugang zur Quelle verweigern. Okay. Also gut, der Alligator ist keine Quest von denen. Oh Gott, er kommt auch mit zu. Und ich hoffe, der wird mir jetzt hier nicht gestealt. Oh, kill ihn. Okay. Warum hast du so viele Zähne? Ach. Der Dschungel? Okay. So. Hier geht es irgendwie hoch. Seltsame Pfad. Jedenfalls ist hier mal eine Jägerwurzel und dann geht es noch weiter hoch. Schädelblüte. Aber weiter scheint es nicht zu gehen. Okay. Jetzt gehen wir irgendwie nach Osten hier. Denn hier geht es auch noch lang. Jo, Affen. Ein viel weniger. Ähm. Magische Kristalle. Und ein Lüten, das drauf zu bleiben. Das ist auch irgendwie eine Quest, nehme ich an. Wir haben irgendwie zwei Quests erledigt, die wir noch nicht bekommen haben. Vielleicht geben die mir erst später die Keeler. Oh, das war knapp. Oh, das war verdammt knapp. So, mehr magische Kristalle. Die könnte man wahrscheinlich auch dem Wächter geben, wenn man noch keine gefunden hätte. Dazu muss man ja sehr viel im Dschungel rumlaufen. So, okay. Dann sind wir hier vorerst fertig an dieser Stelle. Mein nächstes Ziel, da wir ja jetzt hier wieder zurück müssen zum Borber und wir weit genug weg sind, dass wir eh laufen müssen. Ich würde erstmal kurz zu den Piraten gehen und zumindest eine Quest abgeben. Nämlich die mit den Eiern. Patty steht hier rum, das passt. Kolbi will mir noch aufs Maul hauen, das machen wir irgendwann. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschoben habe. Ich habe hier drei Feuervogeleier. Du machst wirklich ernst, was? Bringen sie rüber zu Boos. Dann werden wir ja sehen, was er damit vorhat. Okay. Haben wir sonst noch jemanden, mit dem wir reden wollen? Mach, dass du Land gewinnst. Da ist ein komischer Kauz. Ich nehme an, das haben wir schon fertig. Warte mal. Der ist Elf-Hintrainer. Einfluss 40. Genau das wollte ich gucken. Fingerfertigkeit 60 und Fingerfertigkeit 50 und 40. Na, ich kann mir das auf jeden Fall noch nicht leisten, aber sehr bald. Warum rastet Boos so? Oh, ich glaube, Boos hat sich auch den Finger gehauen. Ja, ziemlich sicher. Hier ist die Lieferung, die du wolltest. Ah, sehr schön. Her damit. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle. Wenn ich fertig bin, kannst du den Rum an alle im Lager verteilen. Ich werde dafür einige Zeit brauchen. Also komm später wieder. Sehr gut, dass ich hier tatsächlich nochmal früher zurück bin. Ist der Rum fertig? Ich sagte doch, das dauert einige Zeit. Komm später wieder. Gut, dass ich... Und was soll ich so lange machen? Geh jagen, sammle Pflanzen oder leg dich schlafen. Mach, was du willst, aber lass mich arbeiten. Ja, also gut, dass ich nochmal kurz zurück bin, um mir das zu geben, wenn das irgendeine Beine dauert. Was? Was ist das? War wohl doch nichts. Was? Ja. Was willst du von mir? Du bist einer von ihnen. Dein falscher Blick verrät es mir. Sie haben dich geschickt, um mich zum Schweigen zu bringen. Mich hat niemand geschickt. Komm zu Verstand. Mich täuschst du nicht. Ich sehe es dir an. Du bist besessen. Aber ich habe dich durchschaut. Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso, wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Okay, wir können noch mit dem reden. Kann es sein, dass du selbst Gespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Ähm, vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Oh, okay. Douglas wurde von ein paar Spinnen getötet. So? Und wer sagt mir, dass nicht du ihn getötet hast? Weil das überhaupt keinen Sinn machen würde? Und ob es Sinn machen würde? Verräter gibt's überall. Gut, dann machen wir die Quest eben auch noch kurz mit den Stimmen. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleichtert werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich hier sehe. Bleib mir auf den Fersen. Ich habe null Ahnung, wo der jetzt hin will. Ähm, so oder so. Ich renne hier kurz mal durch. So oder so. Wir machen noch kurz die Sachen mit Hawkins. Hier, hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhöch. Stimmt. Ich höre auch ein Flüstern. Warte erst einmal ab, bis die Stimmen lauter werden. Es ist wie ein Lied, das dir nicht mehr aus dem Kopf will. Jetzt lass uns weiter. Folge mir. Ich weiß nicht, wo der mich hinführt. Aber wir machen das noch kurz und sobald wir fertig sind, werde ich cutten und dann werde ich bei Borbo weitermachen. Hier, hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Ja, ich glaube, ich höre auch was knurren. Ha, ich wusste doch. Ich bin nicht verrückt. Bin mir nicht sicher. Aber alle haben sie meine Warnungen in den Wind geschlagen. So, lass uns weitergehen. Ich weiß nicht, warum das an dieser Stelle so leckt. Ich hoffe, das wird bei dem nächsten Part wieder in Ordnung sein. Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Wieso leckt das so? Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Aber, aber, oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Ich check nicht, warum das so leckt. Na gut, wenn du meinst. Ah, das belebt den Geist. Als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Hörbchen greift der Hei jetzt. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Ähm, ja, ich würde hier gerne noch dieses Gespräch führen. Ich weiß nicht, warum das hier so hart laggt. Wahrscheinlich gleich mal ein bisschen neu starten dürfen. Der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Oha, da hat der alte Hawkins-Glock vergessen, dich zu entlognen. Gut erkannt. Hier, ich brauche das lumpige Gold eh nicht. Also nimm es, bevor ich es mir anders überlege. Jetzt, da du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern? Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar rumbrauchen, bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit, noch die Zukunft ist wichtig. Liebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ich tänke auf dich. Ich habe meinen Verstand zurück. Okay, der hat momentan nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, dann können wir den Part an dieser Stelle beenden. Und beim nächsten Mal sehen wir uns bei Bofor oder wie auch immer, er heißt wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.